Die 10 intelligentesten Hunde Jeder Hundebesitzer denkt, dass sein Hund ein Genie ist. Aber die intelligentesten Hunde können viel mehr, als sich den Bauch kraulen zu lassen und ihnen Bälle oder Hausschuhe zu bringen. Wenn es um die Intelligenz geht, stechen einige Rassen mehr hervor als andere. Die Frage ist also, was macht einen Hund schlau? Der Psychologe Stanley Corrin bewertete in seiner Untersuchung von fast 200 Hundefarmen, den Intelligenzgrad von Hunderassen anhand ihrer Fähigkeiten, Befehle zu verstehen, zu befolgen und sich anzupassen. Und er kam zu einigen Schlussfolgerungen. Demnach ist es erstaunlich, was die 10 klügsten Hunde leisten können. Diese Rassen können im Durchschnitt 250 Wörter lernen und einen neuen Befehl verstehen, den sie weniger als 5 Mal hören. Sie haben also eine durchschnittliche Intelligenz eines Kindes von 2 bis 2,5 Jahren. Zur Erinnerung, wir haben diese Liste auf der Grundlage der jeweiligen Forschungsergebnisse erstellt. Nummer 10. Australian Cattle Dog Es ist eine körperlich sehr starke Rasse, die an die rauen, natürlichen Bedingungen Australiens angepasst ist. Diese Rasse, die zum Hüten von Schafen verwendet wurde, ist für ihre Schnelligkeit und Wendigkeit bekannt. Australian Cattle Dogs sind für ihre Fähigkeiten bekannt, Befehle auszuführen und ihr Spielzeug wieder dort abzulegen, wo sie es aufgenommen haben. Man kann diese Rasse oft auf Hundeausstellungen antreffen. Nummer 9. Rottweiler Der starke und edle Rottweiler trägt die Kraft und Intelligenz seines Vorfahren Mastiffs in sich. Er ist seinem Besitzer sehr zugetan, obwohl er mit seiner imposanten Erscheinung und seinem strengen Blick manchmal furchterregend wirkt. Aufgrund der Kraft des Schutzinstinkts kann diese edle Rasse, die oft als Wach- oder Blindenhund eingesetzt wird, sie stundenlang bewachen oder tagelang nicht verlassen. Wie ein Therapeut zur Unterstützung ihrer geistigen Gesundheit. Nummer 8. Papillon Das Wort niedlich ist nicht genug für diese Rasse. Sie ist auch intelligent. Diese edle und winzige Rasse, die einst im Besitz der königlichen Familie oder von Aristokraten gewesen sein könnte, zeichnet sich heute durch ihre Fähigkeit zum Spüren und Hören aus. Sie können diese leicht zu erziehenden kleinen Papillons in einer Vielzahl von Hundeschulen finden, wenn sie ihre Fähigkeiten zeigen. Nummer 7. Labrador Retriever Diese wunderbare Rasse, die dafür bekannt ist, unglaublich geduldig, beschützend und intelligent zu sein, kann auch das Leben von Menschen mit Behinderungen erleichtern. Denn sie können darauf trainiert werden, alles zu tun, was ihre Besitzer wollen. Dank ihres starken Geruchssinns können sie auch als Drogenhunde eingesetzt werden. Diese in Agilität und Training begabte Rasse war 27 Jahre lang die beliebteste Hunderasse in den Vereinigten Staaten von Amerika. Nummer 6. Shetland Schäferhund Als die Intelligenz der Shetlands, die für ihr langes und schönes Fell bekannt sind, entdeckt wurde, begann die Menschheit, sie zu Sicherheits- und Fährtenzwecke einzusetzen. Die Shetlands, die allein hunderte von Schafen hüten können, sind für Hirten sehr hilfreich. Sie werden zu Sicherheitszwecken eingesetzt, weil sie leicht trainiert werden können und Fremden gegenüber sehr misstrauisch sind. Nummer 5. Dobermann Pinscher Dobermänner, die aufgrund von unsachgemäßen Training oder mangelnder Ausbildung einen negativen Ruf haben, sind liebenswerte und energiegeladene Hunde mit unglaublichen Schutzfähigkeiten. Dobermänner zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, sich Befehle einzuprägen und zu befolgen. Aus diesem Grund werden sie oft als Polizei, Schutz- oder Spürhunde eingesetzt. Nummer 4. Golden Retriever Diese Rasse, die in der Antike als Jagdhund eingesetzt wurde, lebt heute glücklich in vielen Haushalten, besonders mit Kindern. Golden Retriever können in sozialen Integrationsprogrammen für Kinder mit Autismus, Rettungsaktionen, Medikamententherapien mit einem unglaublichen Geruchssinn und vielen weiteren Aktivitäten zum Nutzen des Menschen eingesetzt werden. Nummer 3. Deutscher Schäferhund Es ist keine Überraschung, diese edle Rasse, die über unglaubliche Fähigkeiten in Sachen Abrufbarkeit und Gehorsam verfügt, auf dieser Liste zu sehen. Da er so selbstbewusst, mutig und stark ist, wurde er als Polizei-, Sanitäts- und Therapiehund eingesetzt. Er gilt als die intelligenteste Hunderasse, dank seiner Fähigkeit, schnell lebenswichtige Fähigkeiten zu lernen und Notfälle aufzuspüren. Außerdem ist der deutsche Schäferhund eine der am einfachsten zu trainierenden Rassen, sodass sie oft in Fernsehsendungen und Filmen mitspielen können. Nummer 2. Pudel Sie erwarten nicht, diesen Hund in der Liste der klügsten Hunderassen zu sehen, aber sie gelten als eine der klügsten Rassen wegen ihrer Fähigkeiten, Anweisungen schnell zu erfassen und sofort zu reagieren. Diese Rasse ist so klug wie ein 2- bis 3-jähriges Kind und hat eine unglaubliche Problemlösungsfähigkeit. Sie können sie in verschiedenen Shows sehen, während sie ihre Fähigkeiten als Stars zeigen. Und jetzt kommen wir zu Nummer 1. Der Border Collie Der Border Collie ist eine Rasse, die seit fast 300 Jahren an der britisch-schottischen Grenze als Schäferhund eingesetzt wird. Auf Hundeausstellungen sieht man die Rasse oft als eine der intelligentesten. Border Collies stehen an der Spitze dieser Liste, weil sie ein neues Kommando in weniger als 5 Sekunden verstehen und sich etwa 250 Wörter merken können. Vergessen Sie nicht, dass Hunde die besten Freunde des Menschen sind. Ihre Intelligenz kann nicht mit ihrer unerwiderten Liebe verglichen werden.